2, 1, 2, 1 Yo, 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 gang David am Start hier für euch, bzw. Dave Man weiß ja nie genau, wer ich bin Und heute wieder mit einer kleinen Musikempfehlung Und heute geht's um den guten, alten Lance Butters Einige von euch kennen ihn vielleicht aus VBT-Zeiten Danach hat er die Selfish EP gedroppt Dann 2015 sein erstes Album, Blau Und danach kommt noch so ein Collabo-Projekt mit A zum J Und jetzt kommt das Album Angst Beziehungsweise ist vor knapp anderthalb Wochen gekommen Und ja, Lance Butters ist echt ein Künstler Den feiern ich und meine Brudis schon extrem hart Ich weiß noch, 2015 im Sommer Das gleiche Jahr, in dem wir auch Simplicissimus gelauncht haben Da haben ich und meine Jungs es einfach so heftig krass gepumpt Wir konnten einfach jede einzelne Line auswendig Egal ob man im Auto war, ob man im Park gechillt hat Ob man einfach nur zu Hause rumgehangen hat Blau lief einfach wirklich auf und ab Das lief bei mir, das lief bei Jonas, das lief beim Schurken Das lief bei all unseren Brudis Und jeder konnte wirklich eins zu eins diese Texte zitieren Ich war dann auch 2015 in München auf einem Konzert Im Backstage hieß das, glaube ich Das war for free Das war einfach so ein Mini-Festival oder so Und Lance Butters ist einfach gekommen Und das war halt schon sehr, sehr lit Ich war in der zweiten Reihe Und der Pre-Act von Lance Butters Waren Pimpf und Kiko Ich weiß nicht, ob irgendwer hier Kiko kennt Aber den kannte ich damals aus dem Julians-Block-Battle Und ich fand ihn richtig wack Aber ich habe trotzdem die ganze Zeit in der zweiten Reihe Kiko gerufen Kiko, Kiko, Kiko Weil ich, glaube ich, der Einzige war, der den erkannt hat Darüber hat er sich dann offenbar so heftig gefreut Dass er hinterher zu mir gekommen ist Und dann haben wir zusammen Selfie gemacht Deshalb kurz Shoutout an Kiko auf jeden Fall Eigentlich feiere ich dich nicht, aber danke fürs Selfie Anyways, Lance Butters Auftritt war auf jeden Fall phänomenal Es war richtig, richtig stark Also seine Bühnenpräsenz ist echt unfassbar gut Und das ist natürlich auch sehr, sehr schwer als Masken-Rapper Da relativ viel präsent zu zeigen Aber das ist eh so ein Ding von Lance Ich finde, gerade diese Maske macht diese Figur Diese Kunstfigur Lance Butters so übertrieben nice Und so ein Image, wie er es hat Das haben echt sehr, sehr weniger Und ich glaube, die Maske hilft da auf jeden Fall schon richtig stark Vor allem bei seinen früheren Projekten Wo er sich einfach über andere gestellt hat Wo er die ganze Szene gedisst hat oder so Da konnte man sich halt sehr, sehr viel in diese Figur hineindenken Hätte man gesehen, was für ein Larry da eigentlich unter der Maske ist Dann hätte das Ganze nicht so gezogen Aber so viel auf jeden Fall zu seiner Maske Das ist übrigens eine Iron Man-Maske Und mittlerweile hat er sich so eine eigene anfertigen lassen So eine schwarze sieht auch echt lit aus Also wenn Jonas und ich irgendwann mal unsere Rapper-Karrieren starten Dann auf jeden Fall auch mit einer nicen Maske Wenn ihr da gute Ideen habt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare Nee, Spaß Ich bin mir auch relativ sicher, dass es relativ viele Leute gibt Die Lance Butters nicht feiern Oder das irgendwie unmusikalisch finden Oder finden, dass der einen weirden Flow hat Weil man muss schon sagen Der ganze Style von Lance ist schon sehr gewöhnungsbedürftig Also der Flow und seine Stimme Das ist schon ein bisschen was Penetranteres So ein bisschen rumgequietschiges Seine Texte gehen halt ganz oft echt unter die Gürtellinie Insbesondere bei den früheren Projekten Beim neuesten Album Angst ist das nicht so Aber man muss halt einfach diesen Humor ein bisschen feiern Dieses Ich bin sowas von unantastbar Ich bin der geilste Und man muss dann so ein bisschen die stilistischen Mittel Also die Art und Weise, wie er das ausdrückt Nice finden Weil das ist schon extrem kreativ Und wer dann nicht grundsätzlich sagt Beleidigungen haben hier nichts verloren in der Musik Dann kann man das halt schon sehr hart feiern Und auch wirklich wertschätzen Wenn er da über mehrere Zeilen einfach Ne sehr ausführliche und schöne Beleidigung runterspittet Und ich fand's schon immer richtig interessant Was für ein Image Lance eigentlich hat Und wer da hinter der Maske steckt Er hat halt dieses Image gehabt vom super arroganten, unantastbaren Dude Der die ganze Szene wegflext Aber dann hatte der zwischendrin immer so tiefgründigere Tracks So Sachen wie Dunkelrote Augen Oder Es zieht ich zieh Oder Freelance Butters Wo man schon so ein bisschen rausgehört hat Dass der irgendwie Probleme hat Ab und zu eventuell Depressionen Oder auch irgendwie in der Familie Ist nicht alles gut gelaufen Und dann kam das Ganze jetzt Zu einem riesigen Höhepunkt Zu einer Auflösung im Jahr 2018 Mit dem Album Angst Wo der mit ganz vielen Sachen aufräumt Und ich find's halt so nice Dass er damals schon so immer Kleine Easter Eggs verteilt hat Wo man so weiß Ja, bei ihm läuft eigentlich nicht alles so gut Obwohl er jetzt gerade die ganze Szene disst Und dann droppt er einfach ein paar Jahre später Das Album, wo man so eine Auflösung findet Und er macht halt einfach nicht mehr Diesen ganzen gleichen Shit Von vor, keine Ahnung Drei bis, was weiß ich, acht Jahren Ich glaub der hat 2008, äh 2010 oder so Angefangen zu rappen Sondern er hat sich jetzt weiterentwickelt Und jetzt ist er ein bisschen erwachsener geworden Reflektiert so ein bisschen mehr Über das, was geschehen ist Und rappt jetzt halt ein bisschen über seine Vergangenheit Das Album ist ziemlich düster Und wirkt halt auch schon sehr, sehr depressiv Der hatte aus dem Album zwei Singles Das war zum einen Yeah Mit einem richtig, richtig nicen Komplett computeranimierten Video Halt schon sehr, sehr kreativ Der Track ist eher wie der Shit von damals Und er disst halt einfach die ganze Szene Und macht supergute Vergleiche Und stellt sich einfach über alle anderen Leute Dann gibt es aber auch noch Tracks wie So schön Das ist auch eine Single-Auskopplung Dazu gibt es auch ein Musikvideo Das Musikvideo sehr, sehr kreativ Aber sieht ziemlich inspiriert aus Von Strome Mit dem Track Papa Ute Und inhaltlich ist es halt auch Relativ ähnlich Aber Lance kann man das auf jeden Fall verzeihen Und genau in dem Track geht es halt darum Wie seine Eltern sich früh haben scheiden lassen Und dass der Vater auch sehr früh gestorben ist Und dass er deshalb nicht in der Lage ist Vernünftige Beziehungen zu führen Und das ist halt schon eine sehr interessante Auflösung Die Lance da in diesem Track offenbart Weil er halt ganz oft darüber rappt Dass Liebe scheiße ist Dass Beziehungen kacke sind Und dass er niemals eine vernünftige Freundin haben könnte Und das war halt auch schon vorher klar Und das ist jetzt halt eine ganz andere Seite von Lance In der er eigentlich auflöst Warum das überhaupt so ist Es gibt dann auch Tracks wie Keller und Wald Die in eine ähnliche Richtung gehen Sozusagen die düstere Seite von Lance Butters Keller nennt er das Weil er sagt sozusagen Blau war die Wohnung Und jetzt nimmt er alle Leute mit in den Keller Der Keller ist halt so das Verborgene Das was eigentlich keiner sehen soll Nicht das was er normalerweise präsentiert Nicht die schön aufgeräumte Wohnung Sondern das sind jetzt wirklich seine ganzen Probleme Wer seinen lockeren Nicen Stuff von damals feiert Für den sind so Tracks wie Respekt vor dir Cool Oder auch Wake up fucked up Die einfach nur Sehr sehr nicer Representer Stuff sind Der meiner Meinung nach Diebste Track auf diesem Album Ist Mag sein Und ich hatte schon die krasseste Gänsehaut Als ich den Track zum ersten Mal gehört hab Da räumt er halt mit einigen Sachen auf Die er auf jeden Fall noch erledigen wollte Bevor er dann irgendwann von dieser Welt abtritt Und er redet halt davon Dass ihm seine Fans egal sind Aber Hauptsache seine Bros Seine Jungs sollen es verstehen Und zum Schluss Geht es dann halt um seinen Bruder Und wie der Bruder Ihn halt wohl anscheinend Die letzten sieben Jahre Krass vernachlässigt hat Nach dem Tod von ihrem gemeinsamen Vater Hat er sich wohl nicht mehr gemeldet Und nicht um seinen kleinen Bruder Lance gekümmert Und das hat ihn wohl relativ hart mitgenommen Und er meldet sich halt auch nicht mehr Bei der Mutter und so Und er scheint wohl Ein relativ harter Asi zu sein Und dass er so einen kleinen Grudge auf seinen Bruder hat Wurde halt auch schon in Blau deutlich Und dann war diese ganze Sache halt nochmal Eine schöne Auflösung Warum er seinen Bruder so abnormal hatet Und das ist auch relativ nice gelöst worden Also der ganze Beat erstmal ist ein unglaubliches Brett Und dann in dem letzten Part, den er rappt Zensiert er jeweils die Namen von den Akteuren Beziehungsweise immer, wenn man Mama, Bruder oder Vater Oder Papa oder sonst was einfügen müsste Hört man halt nur einen Piepton Und das macht den ganzen letzten Part Einfach so krass episch Weil der Beat auch konstant einfach linear Sich am Aufbauen ist Dann kommen noch zum Schluss diese ganzen Zensiertöne Und Lance rappt auch viel schneller Und dann machen die da noch relativ viel Echo auf seine Stimme Und das wirkt dann schon alles sehr, sehr krass Und das hat mich dann da einfach so sitzen lassen Mit Gänsehaut Und ich war einfach nur baff Weil man diese Seite einfach so überhaupt nicht von Lance Butters kennt Und ja Das ganze Album hat außerdem nur ein Feature Mit A zum J Gefahr heißt das Allgemein große Props an A zum J Der hat das ganze Album produced Der hat alle Beats gemacht Und hat glaube ich auch die Mische und alles fertig gemacht War in der Nähe von Amsterdam mit Lance Um sich gemeinsam zu finden für dieses Album Also auf jeden Fall richtig, richtig gute Arbeit von dem Dude Wer mit der Mucke von Lance nichts anfangen kann Aber chillige Interviews sehen will Der kann sich auch einfach mal die Interviews mit Lance geben Ist echt ein feierbarer Dude Der Dude ist broke, meint der immer Aber ich glaube das wissen jetzt genug Leute Außerdem hat er auch einen Podcast jetzt gemacht auf Spotify Ist auch relativ witzig Das könnt ihr euch auch mal geben, wenn ihr Bock habt Ansonsten kann ich mir auch gut vorstellen Dass ganz viele hier Lance Butters haten Aber das ist natürlich legit Kann ich auch einigermaßen nachvollziehen Aber ich dachte mir Mach ich mal ein relativ ausführliches Video Geschmäcker sind da natürlich verschieden Ähm Jo, aber ich hatte einfach mal Bock Über 10 Minuten Wow Alter Über Lance hier zu talken Ansonsten checkt AdCultureCultureClaw auf Instagram ab Da posten wir jetzt alle zwei Tage Nice Pics von der neuen Kollektion Und ja Ansonsten liebe Gang Wünsche ich euch natürlich ein wunderwunderschönen Donnerstagabend Und vergesst eins nicht Feiert gut Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal